so liebe Leute weiter geht's heute mit dem Bus Simulator und wir machen heute weiter mit den nächsten Missionen. Wir stellen eine neue Route. E-Caps Bay ist da unten. Und was muss als nächstes kommen? Aris Raba. Sind aus Raba da unten. Ich weiß schon, da sind die Hafen. Ach da hinten. Da muss man starten. Wir machen es anders. Ich nehme die Haltestelle wieder komplett raus. Da. 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 wieso kriegt sie jetzt nicht erstellt? neue Route erstellt so also so wieso kriegt sie nicht erstellt? ich krieg die nicht erstellt die halt in die Route so also nochmal 2 also AUS Haber ich krieg die nicht erstellt warum auch immer ich hab das wieder falsch gemacht nein ich will nicht die Route erstellen Route erstellen jetzt bis jetzt bis jetzt bis jetzt so dann machen wir die wieder raus so damit die Nalee nicht search die übernehmen ja so 30 plus ein prozent hat der zahltag aber ich habe dann hier ist gut ich brauche den zahltag ich brauche die elektrom busse dann habe ich relativ zeitnah erledigt und vier sterne vorliegt zufriedenheit das ist relativ also müssen wir auf jeden fall mal fahren so jetzt gucke ich gerade wegen meinen bussen drei elektro das heißt wir haben nicht ganz 30 prozent ich muss jetzt noch ein bus verkaufen so ich versuche gerade ja wir müssen mich einfach kaufen nein buswechsel der verzichten wir wieder aufgabe liegt so 30 prozent haben wir uns waren wir die eine route noch und dann haben wir die unterholen zahltag und machen die vier sterne und dann ist es ja kein problem so also gute wählen die 23 jetzt fahren volvo das war wieder mit der müssen ja dorthin so dann gehen wir zu doch wollen ich bringe rutsch rüber und fahre die route mit dem bus dann müsste was angekommen dann gehen wir zu so wir nehmen die route 33 weisen den galen elektrobus zu als vollzeit bus und haben also gut so ist gerade habe ich mir die halbzelländer mal kurz hin und dann würde ich auch gerne auf der Seite müssen die rutschen Seite so Ich verarschen jetzt gerade! Warum stehst du eigentlich immer auf der falschen Seite? Jetzt mal kurz drehen... Im Moment, wenn du versuchst, gerade mit mir nahe... Ja, das geht da lang. Jetzt will ich die Route 23 fahren. Ja, 3... Ich kann das jetzt auswählen. So... Route 23, jetzt fahren! Und zwar mit dem Burego. So... Äh... Normale Verkette, einfache Verkette... ... ... ... ... ... So, kippin! Es ist immer ein bisschen schwierig, da hat sie weggebracht, dass wir unsere Busse immer auf die falsche Seite bekommen. Wieso, wenn wir mal die vier Sterne kriegen, dann haben wir die Aufgabe gelöst. Ich musste natürlich jetzt den Bus verkaufen, damit wir wieder die, sagen wir mal, drei von zehn, und dann sprechen wir die 30 Prozent. So. So. Okay, Zahltag haben wir schon fast wieder drinnen. Kann man nicht viel lang gehen? Kann man zweitagen? Kann man zweitagen? Seniorenticket, einfach eine Fahrkarte. So. Seniorenticket, Wochenkarte. So. So. Äh, Seniorenticket, einfach ein paar Karte. Na, ne? So. 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 So, dann machen wir das. Innerstreet. 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 Keiner an der Haltstelle. Ja, das wird verfallen. Es ist keiner, der hier mit anstecken will. Fahr mal bitte weg. Dankeschön. So, Nordkate Avenue heißt die nächste Autostelle. Vorsichtig, fahr nicht, was wir hier irgendwie... Oh, warte mal. Halt, 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 halt. So, ich hab jetzt mal was drauf. Aua. Ich muss mich da abbiegen. Jetzt muss ich vergessen, dass wir hier... Ich kann eigentlich schlafen. So, dann kann man nicht... Hier ist meine Fahrkarte. Ja, viel ist noch nicht los. Die Check ist aber auch neu. Deswegen ist es heute noch. Ich weiß nicht. Ich höre, wie hört sich die... Schallischer zu sehen, die komische Schall. ... ... ... ... ... Einfache fahrt bitte Warte mal, ich habe gerade was wir Reicht jetzt eine 4-Stelle auf eine Route zu fahren? Achso, ich frage dich auf eine Route zu fahren Warte mal kurz, ich muss mal kurz in die 4-Stelle gucken Warte mal kurz in die Route zu fahren Ich wusste, ich habe eine Route zu fahren Okay So, zu dämpchen, gute Koste, Bageskarte, Eige Warte mal kurz in die Route zu fahren Warte mal kurz in die Route zu fahren Eine Fahrkarte bitte Koste So Das ist ein frisch kein Signal Tschüss So Ah, das geht. Nö, ich tue mir mit, das hat mir einfach mit. Fick, es hat ja kaum so voller Rollstühle, ne? Die zweite Position, okay. Mir geht gerade ein bisschen der Hölbesauf, ah ja. Danke. Einfache Fahrrad. Eine Fahrkarte, bitte. Danke. 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 Danke.